Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir eine Traumschleife und zwar die Nona Naheschleife. Sie ist etwa 12 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo und guten Morgen. Endlich scheint mal wieder die Sonne und wir sind unterwegs auf einer schönen Traumschleife. Hat auch wieder Zeit gegeben, denn die letzten zwei Wochen etwa war recht mieses Wetter. Boah, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber jetzt sind wir endlich wieder unterwegs. Ich bin unterwegs, aber ich bin unterwegs. 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 Ich gehe dann nach surveyern. Musik Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt sind es noch etwa 2 Kilometer, da sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, da sie sehr abwechslungsreich war, wie mit Faden, man geht an Bächen vorbei. Richtig idyllisch, dieser Weg. Sehr zu empfehlen. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und über Kommentare ebenfalls auch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich mach das Stück ein bisschen mehr links. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife. und zwar die Nona... Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife. Heute gehen wir wieder eine Traumschleife. Hier ist Marco... Hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Das gibt's doch nicht. Ah, du grinst schon einmal. Da geht's doch mal eine Atemschleife. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Da geht's doch nicht aufhören. Es geht's. Da geht's doch nicht. Und da geht's. Vielen Dank.